Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir darüber, was 2024 alles von den Kameraherstellern kommen wird, inklusive Objektive. Und was ich dieses Jahr besonders häufig benutzt habe, beziehungsweise was ich so ein bisschen oldschool-mäßig wiederentdeckt habe, das erfahrt ihr ganz zum Schluss. Also es lohnt sich hier unbedingt dran zu bleiben. Fangen wir an mit Canon. Ich habe jetzt gerade hier die R5 auch hingelegt, damit ihr sie sehen könnt. Denn mit der R5 habe ich in der Regel alle meine Auftragsarbeiten bislang gemacht und bin auch sehr glücklich darüber, was ich an Ergebnissen aus der Kamera herausholen kann. Canon arbeitet jetzt aktuell an der R3-Nachfolgekamera, also nicht nur an der R5 Mark II, sondern auch an der R3 Mark II. Und wir alle wissen, dass nächstes Jahr die Olympiade ansteht und da wird gemunkelt, dass sozusagen zum Start die R1 kommt, also das große Flaggschiff aus dem Hause Canon. Wenn man aber von vornherein noch einmal unterscheiden möchte zur R3, wir erinnern uns, die R3 ist eine Kamera, die 6K-Video filmen kann, die einen sehr, sehr guten In-Body-stabilisierten Sensor hat und 24 Megapixel auflöst. Sie hat natürlich diesen eingebauten Hochformatgriff. Das kennen wir alle von den teureren oder den Flaggschiff-Kameras generell, wie bei der Z9 beispielsweise. Und auch bei der R3 ist das Ganze fest verbaut. Und ich kann verstehen, dass Canon Interesse hat, da nochmal eine Nachfolge zu setzen, einfach bei 24 Megapixel für die meisten dann doch etwas zu wenig ist. Außer die Sportfotografen und Fotografinnen, die am Fußballrand stehen und die Fotos quasi direkt rausschießen müssen und direkt in die Agenturen geben. Da sind viele Megapixel, also eine hohe Auflösung, immer ein Problem. Oder ist zumindest problematisch nach wie vor noch. Und es sind weniger Auflösungen, kleinere Auflösungen, immer besser. Aber natürlich möchte man wahrscheinlich die User und Userinnen abholen, die vielleicht zur Z9 schielen mit ihren 48 Megapixel, die einfach nochmal mehr Auflösung bietet und Geschwindigkeit parat hält. Und wenn man zu Sony schaut, zum Thema Global Shutter, wird man auch noch da festgestellt haben, dass man vielleicht doch nachziehen sollte im Sinne von, wir bringen vielleicht Global Shutter in die R3 Mark II und setzen uns nochmal dazu ab zur R1, die vielleicht eine höhere Auflösung bieten kann. Das wissen wir alles noch nicht, aber die Kamera soll Gerüchten zufolge Anfang 2024 veröffentlicht werden und mich würde interessieren, welchen Weg da Canon geht. Wenn ihr da interessiert seid, dazu ein Video zu sehen, hier, schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Bleiben wir im Hause Canon. Canon möchte natürlich nicht nur die R3 Mark II nachfolge bringen, sondern auch endlich ein 35mm 1.2 Objektiv. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass man die 1.4 Reihe immer noch nicht aktualisiert hat. Also ich habe jetzt hier das 35mm 1.4 dran. Das ist noch das alte EF Objektiv, weil es nativ kein RF 35mm 1.4 gibt. Es gibt das 1.8er und man könnte auch von anderen Herstellern mit dem EF-Mount adaptiert noch andere Versionen nutzen, aber ich persönlich mag den Look von 35mm 1.4. Aus diesem Grund habe ich auch das Sigma hier. Das habe ich wirklich jahrelang benutzt. Also das hätte ich mir auch sofort gekauft, wenn es mir runtergefallen wäre, weil es einfach ein so gutes Objektiv ist, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super ist. Das ist wirklich toll. Man kann damit so viel machen, man kann damit toll filmen, man kann damit super fotografieren. Du bist damit sehr flexibel unterwegs. Denn 35mm kann ich in fast allem einsetzen. Von Landschaften bis hin zu Portraits und auch noch freistellen mit offener Blende. Das ist schon ziemlich gut. Und das hat Canon bislang nicht leider aktualisiert. Sonst hätte ich mir glaube ich schon längst das RF 35mm 1.4 dann zumindest mal angeschaut. Denn selbst die alte Version ist schon richtig gut noch. Also für mich gibt es aktuell keinen Grund abzugraden. Aber natürlich sind die neuen Gläser, die RF-Gläser natürlich nochmal ein bisschen besser. Und ja, haben einfach nur ein bisschen mehr Leistung im Bild, keine Frage. Aber die alten Gläser sind immer noch gut. Die machen deshalb keine schlechteren Bilder. Aber wie gesagt, Canon arbeitet wohl an der 1.2 Variante. Ähnlich wie wahrscheinlich Sigma. Die haben ja seit vielen Jahren dieses 35mm 1.2 Objektiv für den Sony E-Mount am Markt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Aber eben sehr groß, sehr schwer und auch vergleichsweise dann schon recht teuer. Dann muss man schon wissen, was man damit machen möchte. Und nicht nur Available Light und Eventfotografie ist meiner Meinung nach immer so die richtige Zielgruppe. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Sollte ein 1.4 Objektiv kommen, dann werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Und vielleicht hält das dann auch Einzug. Aber es wird sehr schwer sein, gegen dieses Objektiv anzukommen. Also da muss das schon nochmal deutlich besser sein. Und nicht nur ein bisschen schärfer. Also da muss schon auch in den Rändern so ein bisschen mehr noch, einfach ein bisschen mehr schärfer und noch ein bisschen mehr Detailtreue da sein. Soviel zum Hause Canon. Gehen wir weiter zu Sony. Mir filmt gerade eben die Sony A7R5. Und da gibt es natürlich keine Nachfolge, zumindest laut Gerüchten zufolge nächstes Jahr. Aber es soll eine Kompaktkamera, eine neue geben mit Vollformatsensor. Wir alle erinnern uns an die RX-Reihe, die es ja nun seit vielen Jahren am Markt gibt mit dem Vollformatsensor. Und kompakter Bauweise, so ein bisschen diese kleine Point-and-Shoot-Formatgröße. Ähnlich fast schon wie eine Leica, möchte ich bald sagen. Und da möchte Sony nächstes Jahr wohl allem anscheinend nach eine Nachfolge endlich bringen. Und alle, die das total feiern, die quasi eine kleine Kamera mögen, gerade wer viel auf Reisen ist, die werden sich total darauf freuen wahrscheinlich. Günstig wird es sie mit Sicherheit nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Kamera, die dann sehr, sehr klein ist, einen Vollformatsensor hat und die Leistung abrufen kann, und die man mit dem Vollformatsensor ermöglichen kann und die man da mitmachen kann. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was Sony da an Kamera rausbringt, ob sie wirklich den Preis dann wert ist, weil die RX-Reihe, die war ja schon recht teuer, ist aber inzwischen in die Jahre gekommen. Also da lassen wir uns einfach mal überraschen, was Sony da rausbringt. Und ich würde sagen, wenn das Ganze dann rausgekommen ist, werden wir hier im Kanal auf jeden Fall nochmal dazu sprechen. Gehen wir weiter zu Fujifilm. Fujifilm hat ja nun jetzt in den letzten Jahren einiges an neuen Kameras wieder, wie gesagt, aktualisiert. Gerade die X-T5 und die X-S20-Reihe genau, die ja nun sehr, sehr gut ist. Also wirklich eine tolle Kamera ist. Ganz anderes Bedienkonzept, ganz anderes Bediendesign auch. Wenn ich jetzt hier die X-T2 anschaue, das ist eine ganz andere Kamera, aber auch eine andere Zielgruppe. Und nächstes Jahr soll dann nun allen Gerüchten nach zur Folge die X100V ein Update bekommen, und zwar mit einer Nachfolgekamera. Da bin ich sehr gespannt, denn die X100V ist eine sehr spannende Kamera, eine tolle Kamera, allein vom Aussehen schon. Fuji hat es ja drauf, Kameras herzustellen, die einfach in uns Fotografinnen und Fotografen etwas auslösen, im Sinne von, die muss ich anfassen, die ist zwar retro, aber zieht mich trotzdem in den Bann und hat ja alle neue Techniken, die man heutzutage braucht. Also da bin ich gespannt, wie die X100V II, wenn sie denn so heißt, dann wird. Die aktuelle X100V ist immer noch recht teuer, bei knapp 1.900, 2.000 Euro. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Kamera bewusst knapp gehalten wird, damit der Wert weit oben bleibt und damit man den Hype auch so ein bisschen noch hält. Total unnötig für meine Begriffe. Aber ich bin gespannt, wie die neue Kamera dann wird. Sie wird mit Sicherheit den neuen Sensor bekommen, den die X-T5 drin hat. Sie wird mit Sicherheit auch Videofunktionalitäten bekommen, die die X-T5 mit hat. Ich würde mich freuen, wenn man da drin ein Klapp-Schwenk-Display drin hat und ein Neige-Display wie die A7R5, die mich gerade eben filmt, weil das ist wirklich das Beste eigentlich aus beiden Welten. Du kannst das Display kippen, neigen und auch swifeln zu dir drehen. Ich kann mich jetzt hier über dieses Display auch die ganze Zeit bei der Aufnahme sehen. Das ist wirklich, das ist ein Game Changer. Das unterschätzt man, was das ausmacht, wie gut das ist, dass man beides nutzen kann. Da würde ich mich freuen. Und die X-Pro und X-E-Reihe soll ja nun auch abgegradet werden. Also ich denke, nächstes Jahr, wenn die Kameras kommen von Fuji und vielleicht eine Aktion kommt, dann glaube ich, werde ich vielleicht nicht widerstehen können. Also die X-T2 ist ja nun eine sehr gute Kamera. Ich nutze sie vor allen Dingen sehr für private Sachen, also weniger für Auftragssachen. Aber es ist eine tolle Handschmeichler-Kamera und die X-Pro und X-E-Reihe, die sehen zwar ein bisschen anders aus, aber haben ja trotzdem dieses Feeling von Fuji und auch die Farben von Fuji und ich mag das wirklich sehr. Und ich denke, da werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht widerstehen können, wenn es dann doch vielleicht mal eine Aktion gibt für Fuji mit dem Cashback oder so. Da muss ich mal sehen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr Fuji-Kameras bereits nutzt, ob ihr die X100V vielleicht habt, schreibt mir das gerne hier in die Kommentare unten rein. Das würde mich sehr interessieren. Ja, dann habe ich zu Beginn versprochen, dass wir doch über das sprechen, was ich dieses Jahr besonders oft benutzt habe, also an Equipment und was ich wiederentdeckt habe. Und ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr tatsächlich immer öfter die Sony für speziellere Sachen in der Hand, also gerade auch für Portraits. Und ihr kennt mich, ich nutze in der Regel immer die R5 standardmäßig für Portraits, weil mir einfach der Autofokus gefällt, weil mir die Farben gefallen, weil mir die Hauttöne gefallen bei Canon und weil einfach alles im Gesamtpaket für mich ein bisschen besser im Workflow ist, als mit der Sony. Mit der Sony filme ich vor allen Dingen sehr gerne und sehr viel, also ist das ein bisschen aufgeteilt. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich viel öfter oder immer öfter die A7R5 in der Hand gehabt, weil einfach die Hauttöne bei Sony so viel besser geworden sind. Sie sind nicht mehr dieses orange-gelbstichige, wie sie noch bei den letzten Kameras waren, also seit der A7 IV und seit der A7C ist das deutlich besser geworden. Also für mich total anders geworden. Das heißt, man kann auch des Öfteren mal diese Kamera benutzen für Portraits, auch wenn es eine Geschmackssache ist. Und ich habe nicht nur die Sony unerwarteterweise öfter in der Hand gehabt, ich habe auch das 35mm, ich habe es da vorhin schon ein bisschen gezeigt und darüber gesprochen, das 35mm von Canon, das 1.4, das ist das Gute, das L-Objektiv dieses Jahr mit dazu geholt, weil ich einfach von dem Sigma schon immer begeistert war, aber der Autofokus bei dem Sigma, kann es nochmal zeigen, der Autofokus bei dem Sigma nicht so gut ist wie bei dem Canon. Also der Canon Autofokus vom 35er ist nochmal ein Ticken schneller, einfach ein Ticken treffsicherer und was noch viel wichtiger ist, ist die Bildleistung, denn das Canon 35er hat einfach die besseren Farben. Also das Sigma, also Sigma generell ist bekannt dafür, dass die Farben ein bisschen anders aussehen, meistens etwas wärmer, etwas wärmer, als man das so kennt und jetzt kannst du sagen, ja, du kannst natürlich im Nachhinein in der RAW-Datei den Weißabgleich ändern und dann hast du dann den Look, den du möchtest. Ja, nein, so einfach ist das nicht. Also das Bild hat schon einen sehr eigenen Look, einfach diesen Sigma-typischen Look und ich muss sagen, die Canon-Objektive, die sehen eben auch wieder eigen aus und das hat mir sehr gefallen. Ich hatte dieses Jahr auch ein Shooting im Sonnenblumenfeld, da habe ich das Ganze nochmal 1 zu 1 verglichen, gleiche Kameraeinstellung, gleiches Motiv und der Unterschied war schon heftig. Also die Bilder sahen nicht nur anders aus in der Farbgebung, sondern auch heller. Also das denkst du eigentlich gar nicht, wenn du beide 35mm-Objektive hast, gleiche Blende, gleiche Verschlusszeit, gleiche Kamera dahinter, alles gleich und das Foto mit dem Sigma-Objektiv sah deutlich dunkler aus als das Foto mit dem Canon-Objektiv und da war für mich klar, also ich kann quasi gar nicht mehr zurückgehen zum Sigma, obwohl das so gut ist, ich muss bei dem Canon bleiben, weil es einfach, ja einfach heller ist und viel ansprechender aussieht und auch, wie gesagt, das Gesamtpaket dann einfach stimmiger ist und ich weiß nicht, was Canon da macht, ob sie mit der Software in der Kamera erkennen, ob das eigene Objektive sind, die dran sind, aber anscheinend ist irgendwas schon anders mit der Kamera, denn die Bilder sehen anders einfach aus, sie sehen wirklich deutlich anders aus. Aber das heißt für mich, ich habe eine gute Entscheidung getroffen und ich werde sehen, was Canon nächstes auf den Markt wirft, ob es das 35er 1.2 gibt und kein 1.4er, da werde ich mal sehen, wo der Preis liegt, er wird wahrscheinlich sehr unverschämt hoch liegen, dann werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht zugreifen, weil wie gesagt, der Nutzen muss auch stimmen am Ende und wenn es das 1.4er gibt, dann werde ich definitiv mal nachschauen, ob es besser ist als dieses Objektiv und dann werden wir uns hier zu diesem Kanal auf jeden Fall nochmal darüber unterhalten. Ja, soviel dazu, ich hoffe, das war ein bisschen interessant, das waren jetzt die Neuerungen und die Aussichten für nächstes Jahr. 2024 werde ich natürlich weiterhin viel unterwegs sein und es wird vor allen Dingen 2024 nicht nur weiter meinen eigenen Kaffee geben, den könnt ihr über meinen Online-Shop beziehen und meine Kalender, das kennt ihr ja inzwischen, sondern 2024 wird es auch dann den Reiseführer geben zu den Lofoten, ihr wisst, ich schreibe fleißig daran und da ich eine Ein-Mann-Bude bin, schreibt sich das nicht von allein und habe niemanden, der das mir abnehmen kann oder mir zuarbeiten kann, demzufolge läuft das alles über mich und ich werde quasi in Korrespondenz mit LMC und mit Matthias mit des Öfteren nochmal abgleichen, dass es quasi am Ende auch rund ist, aber die eigentliche Schreibleistung, Arbeitsleistung kommt dann von mir, demzufolge ist es so, dass es noch etwas dauert, da bitte ich euch noch ein bisschen Geduld. Einige von euch haben mich gefragt, wann kommt er denn und sie wollten ihn dieses Jahr schon zu Weihnachten verschenken, das wird natürlich nichts, dafür ist es einfach dann, ja, einfach noch viel zu wenig fortgeschrittenes Projekt, aber ich sitze dran und es gibt natürlich schon immer mehr dazu zu erzählen und sobald ich soweit bin, dass das Ganze veröffentlicht wird oder wir in den finalen Prozess zum Druck gehen, dann werde ich das Ganze hiermit erzählen und ich werde es auch auf Instagram zeigen, das heißt, es lohnt sich, auf meinen Instagram-Kanal zu schauen, dort mir zu folgen, denn dort werde ich des Öfteren auch in den Storys Updates zeigen, nicht nur zu Kameras, Objektiven, für Foto-Nerds, sondern auch für die Reiseberichte, die ich schreibe, beziehungsweise generell, wenn ich unterwegs bin und es gibt etwas Neues, Wissenswertes zu hören, dann schaut dort gern vorbei, in meinen Storys wird das, wie gesagt, aktuell immer wieder veröffentlicht. So, ich hoffe, das Video war etwas informativ, ich hoffe, ich konnte alle ein bisschen abholen, also alle kennen Sony, Fuji-User und ich hoffe, ihr seid jetzt auf das Neueste eingestellt und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr im Jahre 2023 und dann sehen wir uns im nächsten Video, bis dahin würde ich sagen, Tschüss.